ja hallo und herzlich willkommen hier bei left for dead heute mit mu und zwei edle bots louis und frances ja seit lange mal wieder gestartet unsere kollegen haben da nicht mehr so viel lust drauf scheinbar das erste kapitel der map noch mal kurz durchgewascht die optionen waren noch alle wieder verstellt also auch standard ein bisschen seltsam ja genau aus geschwindigkeit auflösung auf 640 aber hoffentlich geht es jetzt vernünftig weiter so lange noch ein medipack über die pekab ich habe ich habe kein eingeschränkt da los louis wo ist jetzt ist jetzt wieder ein bisschen denn schade dass man neben kein medipack zuweisen kann ich meine frances hat ja auch eins eingesteckt weißt du was heil ich dich einfach und steck selber ein heute auch noch mal heilen oder haben wir nur noch eins ist doch dann alle weg ja stimmt okay dann gehen wir los ja hier waren wir glaube ich auch schon mal und dann ist die aufnahme wahrscheinlich gestoppt oder so ja das kann gut sein ja oh ja hier dürfte vielleicht was kommen sehr ärgerlich dass man hier wieder nichts da vorne müsste eigentlich wieder ein paar items kommen die orientierung einfach so lange nicht mehr gespielt hier die dünkelheit ist auch so sehr nervig ja das stimmt aber ist ja nun mal ein horrorspiel also dürfen wir nicht vergessen naja um spiel möchte ich mal in anführungszeichen setzen ja stimmt ob sie noch was gibt auch müssen wir wohl runter oder da wo du bist ja richtig ich wollte nur oben beim gucken ob da irgendwo noch was in den ecken liegt oder so aber da bin ich runtergefallen hier ist munition sonst hier noch warbomben oder so ich gucke mal hier das ist seltsam ja wundert mich auch hier nimmt man so einen container mit so einem weißen gasfascher oh ja jetzt gibt's party oh ja jetzt gibt's party oh die machen die türkern das kommt Alarmaaaaa! Da! ne röhrbombe ich guck mal hier ob es hier auch noch was gibt ich bin dann gegangen ne 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 witsch ne Hm. Ja. nehmen wir mal für eine waffe ich will mal was anderes nehmen und darunter ist eine pistole oh noch mieser ey laufen kommt also langsam vorher ach ja klar wenn ich verletzt bin sollte ich das auch wohl wie ging das denn noch mal ja vor vor aber merkt schon dass das aufnahmeprogramm ein bisschen cpu leistung frisst ich habe jetzt keine 60 fps welche wissen noch 40 aber das reicht natürlich immer noch ich guck erst mal hinter wo der siebranix ja super damals schon wieder eine map geschafft ja dann vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten level und bis dann tschüss willst du noch was sagen mu abonnieren was war das denn abonnieren liken kommentieren okay bis dann tschüss bis dann